nix wird leck was ist denn der leckern von einem halben im kopf nur ist und es sind was das nicht immer so oder es ist einfach nur ein Blatt-Monster und die kleinen wie ich sie hasse die habe ich bei Graver Survival angebaut und so eingebaut und sofort angefangen zu hassen ja wenn ihr dieses ominöse Graver Survival von dem ich mal Rede sucht dann geht mal auf youtube.com slash crushed pixel und ich habe ein Schwert aus dem Runic Set von Lacka wie ich sage es ist 11 bis 18 nur aber es hat noch ungefähr drei Hits und dann ist es tot und war auch einbekommen oder hier habe ich vorlesen in der Dinger anbrechen drauf gehalten von Römer mehr kommt also die Minen hier und so sehen auch richtig episch aus also war auch heute am Wort gefunden ja ich auch um Magmo den Nightmare Breeder ist das der Dämon der die Albträume ausbrütet ähm also auf Crushpixel gibt es hier ist doch was haben Richard und ich übrigens zusammen gebaut was ist hier ach ja genau Hypixel hat sich ein richtig professionelles Bilderteam zugelegt die diese episch aussehenden Sachen bauen das sieht richtig abnormal geil aus und äh oh hier cool hier kann man aus der Map rausgucken hihi echt wo ja aber sieht man sieht nur minimal Dinger genau so wie man hinten vorher bei den Truhen hinten dran vorbeigucken konnte die kann man halt hochhüpfen dann kann man auch durch so einen Block durchgucken dann vergessen einen Block zu platzieren wir haben übrigens auch langsam einen professionellen Baumeister sozusagen Shash baut für uns sieht auch richtig episch aus aber kommt leider nicht so ganz an das hier ran und ob ihn nirgendwo und die haben kommen wir müssen noch ein Zeitsch schönes Secret sein Monek in Köln Polo ohne Grüstung oder die Bewerber letztlich sieht auch so schon danach aus ich trinke ich mein Bier aber was noch ein Bier ja ich habe noch zwei ich soll ich dich auf eins einladen aber ich bin ja ich bin mir schon verfolgt hast du schon jetzt getrunken Romero er auch noch dringewirken die Olli den Wohnz ich sauf dich jetzt nur noch ein Problem hier besorgen wird und würden er warum wurde es zu der Fakim Worte Worte er wird ganz gut von mir auch noch machen nein sei nicht dass die Effekte weg in der Mauer und was er wenn man was anderes bringt die Kampfer rechtlich im Vorhaben Probe mal ganz kurz was aus ich esse zu folgendes Potenzial durch vergiftet wird gegessen es kann nicht mehr essen böse Neuropole nicht von den Markt Echter Scheiße weil ich glaube der Worte der Reise heißt mit dem mit Wasserbotteln dringend auch immer hier was er trinkt ihr Wasser da muss ich nur noch um das ist schon so weit egal ich probiere es dann aus weil ich will wissen ob das ein Effekt aufhebt hat sie mich grad bei meinem geilen Bier gemacht äh Boswein Magmur den Nightmare Breeder Letziger Worte Worte Gott ich trinke das mal so gut Abilities Portal Corruption Oha One It One It Kill Wie episch Wow 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 oder Oh S Jürgen Jürgen Klein Brotest Man bekommt ich habe Mark Martin Kühn Wenn vor Ort auch ich habe auch Komm schon, lol Das ist jetzt nicht beim nächsten Mal, dass Währung gilt Warte, ich muss mal kurz gucken, bin ich auf Skype beschäftigt Nein, ich bin nicht mal auf beschäftigt, das wäre jetzt fatal, wenn ich damit anschreibe Jetzt bin ich beschäftigt Wow Hey, ich habe dir einen Arsch gerettet Ich habe mir selber einen Arsch gerettet Also, ich bin, äh Wir müssen durch irgendwelche Portale gehen Ja, aber ich habe noch keine Portale gesehen Doch Hier ist ein Portal offen, oder? Ich weiß Hier ist noch zu Oh, ich habe noch geportet Ja, ich weiß Das wäre Oh, oh, oh Ich wäre auch nicht mit dem Wasser auf den Sternen hinten dran gegangen Loll blind Ja, bist du jetzt auch hier? Ja, und ich bin blind Ja, klein Wir sollten zusammenbleiben Ja, aber, hör, hör, hör Was nicht runterfällt, ist euch überhaupt gebraucht Ja, hier ist irgendein Biken Man kann übrigens die Dinger zerstören Die Blätter und die Spinnweben mit dem Schwert Ich weiß Okay, kommt schon Wow Wenn ich was hier wieder rausbauen kann Das hier, hier, ich habe gefunden Echt? Ja, hier, das ist sehr gut, wenn man blind ist Drück mal auf den Knopf Ja, tu das Destruction, 5 seconds, oh nein Das Portal hat zerstört Ja, das, mach doch drückt na dann gut wo 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 ich umrunde und so er hat jetzt ist weg auf okay es hat sich noch einst geöffnet welches jetzt das Jahr wird noch was er weiter das zweite hat sich mal gut gemacht wird wurde gut er die Stärkung in der Achtung Neues Level 8 den Scherl 15 das zweite hat sich geöffnet kann es auch hier rein ich bin mutig und wird kommen weil es auch nicht ja was kriegt man denn sonst die die Bauern klein wo auch die hat mich darunter im Ort und und er hat auch weiter runter macht bringt und wir Lerko Kleine Prozent und die Bühne sind der Unterbringung untergeben werden ja ich bin hier gerade nach rechts abgebogen wo du warst und die kleinen kann den Treffen der Fälle er ist ein Kranke nicht ab wie Kiel die sind krank overpowered 60 gestorben doch ich bin gerade aus der Welt gefallen verlautete Gott wie wie hast du das Loch da reingefallen davon kommen ein paar hintereinander und vor allem da kommen so Minizombi die nicht knockbacken was recht böse ich habe ich jetzt habe ich ihn in das Loch geschickt tja mit den eigenen Waffen geschlagen würde ich mir behaupten oh Gott jetzt kommt hier ein Jump'n'Run mit Blindness oh das ist böse ich bin übrigens wieder da ja ich sehe dich einfach immer weiter laufen durch die Löcher an den Löchern vorbei ja durch die Löcher ja mit Blindness this way ach ok ich habe fast nix gesprungen weil ich einfach auf gut Glück gesprungen bin und ich bin auf gut Glück wird die genau sterben bekommen für den Platz meine Aura ist es Rohr war weil ich jetzt mal sehen das ist die Straftschen wie auch so was möglich wird es geholfen eigentlich geht es sich der Effekt der Weg ein Portal hat sich wieder geöffnet bei der Bussfall gefällt mir ehrlich gesagt muss jedes Portal nacheinander zerstören ähhhhh Final Boss It's the Final Boss oh ich hab' erstmal die Lava genommen ach komm ich bin natürlich leckts in dem Moment in dem ich da in die Lava fall und ich verbrenne ja nicht mal ich verbrenne nicht mal oh ich hab' Boss gefunden ich brenne nicht mal ich hab' Boss gefunden und ich brenne nicht mal jetzt ich hab' ungefähr ne Minute gebraucht um hier zu verbrennen leck' nicht ne hier ist es gar nicht der Boss das ist noch ein Vorboss oh wie cool gemacht boah warte auf mich ich will auch den coolen Vorboss sehen ja weg too late grad wo ich gekommen bin übrigens ich würde einfach nicht über diese Löcher drüber springen du darf' aus dem rumlaufen ja das hab' ich auch versucht und das war nicht ich komme in die Nähe und vielleicht zehn Magmas bleibst und werfen sie alle vor mir in die Lava aber ja oh shit leck' nicht leck' gar nicht lol alter was die Frau ich kann mal von den Nava schlagen und dann verbrennen die so schön ist die Springer von selbst die Nava regelmäßig alter wie krank der Nether immer leck' das gibt's gar nicht ne es ist wahrscheinlich gar kein Nether aber das ist das Spiel das saugt so Ressourcen das kann der beste Rechner hausten und es würde wahrscheinlich noch legen oh hier ist ein kleiner großer Flyer und Gefäß die Lava und tot ja die Magma Slams mögen ihre eigene Lava offenbar sehr was auch nicht der Boss wird der mit dem Boden na so sorry für die Lechse kann ich auch nicht zu ach jetzt lecks sogar gar nicht ich hab' 60 Frames gehabt jetzt nicht mehr oh oh das war böse weg was sind wir selbst-destruction in 3 er jetzt in die wahre Welt ja du hast Bier drauf, kann das sein was Bier? Nö na der, wow, puh das war gerade gelegt, dann hab ich instant einfach mal alle meinen herzen Schaden bekommen alle bis auf den halben ich esse mal und lasse dich die Arbeit machen oh, gekillt auch natürlich serious und ich will die Schallplatte und ich will die Goldnagel die kommen aber noch nicht, die kommen, wenn ich es möchte eigentlich in dem Moment, in dem ich da die Dinger Ding reinhue schnell da drauf ja, sagt er sich die, ja ich hab die Goldnagel, alles so, wir sind zu spät was hast du bekommen? die Zerstörung hat begonnen, ah, Fallen Defender Leggings von Runic Set mit sieben Armor und Voll oh, nein, ich hab nur nen Helm bekommen und sonst auch noch so ah, der, ähm, der der Geruch frischer Erde was zur Hölle, wer ist das? ja, das konnte man nicht lesen weil das ist halt so schöne sich dauerhaft wechselnde Zahlen und ich frage mich, wie wir wieder wegkommen ich würde sagen, über die Tür ich würde sagen, da könntest du recht haben und jetzt und den Budzwitsch aktivieren, oder? ähm, Budzwitsch, ne, ich muss mal kurz gucken wir haben den Magma Slime gekillt dann the corruption is spread over granite help the people as best as you can and try to fight back the demons ähm bei den Feindheit und Weg so weiter der Koppel genau das heißt, sie müssen handeln und items finden also einfach hier durchführen mhm, so zu sagen wir können gucken, ob hier, wenn es exakt selbe Dinge ist, vielleicht haben sie jetzt hier in dem Teil Schadstuhl versteckt ja, sicher um davor war die eine Stelle, wo ein Bock gefehlt hat mit was nicht raus, editiert, Schadstuhl maybe, maybe not wenn das stimmt, Richard, du wärst so abnormal krank klug oder einfach nur ein Lacker der ich nicht so oder so, ich nenne kennst mich doch ja also ich glaube, Lacker trifft auf dich eher zu, als gut ja, ja sehr intelligente Person beim Sport und bericht immer Bälle, alle Bälle fliegen um mich herum no problem, bro ja das ist Richard ihr müsst ihr mal ein echter Leben, es ist einfach Richard das kann man nicht erklären, es ist einfach Richard oh, Ronix ja komm noch bei natürlich die neuen die Monster hier mit weiter ja ich bin gerade an dir vorbei bei schieben und hier geht es runter, was hat er getrobt, was hat er getrobt Runic Set habe ich schon hast du bei entschieden? ja und zwar voll aber einen Helm habe ich noch nicht mit Runic ich habe, ich kann einen Runic Helm traden, fast kaputten gegen eine Runic Leggin ich habe keine Runic Leggin äh ich habe keine Runic Leggin ich habe nur eine Runic Leggin ich habe nur eine ich habe nur eine volle Runic Leggin die Minecraft haben sollte was? ich habe nur eine Runic Leggin die Minecraft haben sollte äh, aua nicht dass ich wüsste da unten sind Monster also gehe ich mal davon aus, dass man da hin kann aber mit einem Minecraft war es schon nicht schlecht, oder? naja, wo kam gerade der Schaden her? naja, ist das hier der richtige Rekord oder andere? da unten ist ein Elite Mob ich weiß, ich cheat mir jetzt mal einen Minecraft, okay? nein na okay, dann nicht sonst haben wir die Map nicht ohne Cheaten bestanden ich komme gleich, die halten krank hier aus nein, lass es, lass es, lass es, lass nie ruhig für den alleine bezügen vergiss es, das braucht eh noch zwei Minuten bis der weg ist ich gucke jetzt mal auf die Uhr das ist 20 20 nach lol aua, ich bin tot ja ich bin gerade hier bei lustige Musik oh, das hat geleckt, das hat geleckt ah Gott ja, mein Gefühl und für die Lecks kann ich nichts, wie bereits erwähnt ich bin einfach gar nur Hypixel, was? wieso rennt der so langsam? wer? hat der keinen Speed Potion wer denn? nächstes mal, ich kaufe mir jetzt vielleicht echt eine Madness Potion nur um danach den Bot wieder zurück zu rennen Madness Potion ja, ich glaube Madness, das war die, die einen Speed gegeben hat könnt ihr ja einfach nachgucken ach, da ist man nur für zwei Sekunden lang was? da ist man eh nur für sechs Sekunden lang Dings äh, stärker das heißt, ein Bier ist einfach total sinnlos ein Bier ist nur lustig warte, ich schieße von hier oben ab ok guck mal nachkommen, der verzieht sich dann die Scheiße ich komm hierher ich kann den abschießen ich kann den nicht ausrechnen ich geh, ich geh, bleib du da ich geh hier hin nein, hilf mir ich sterbe dann renn, raus log, 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 log nein wenn man nicht wenigstens immer wieder so lange da hin rennen müsste wow, der hat mich in die Hecke gehauen das ist Christe Butzeck, was der mit mal macht was ist der Hölle Das ist böse Das ist nicht der Monster Aber es gibt dem Monster kein Regeneration, oder? Nee Hoffe ich doch Nicht wie bei LOL, wenn man da weg geht, dann sind die ganzen Monster wieder vollgeheilt Oder dann sind sie mit allen anderen spielend Ja, okay Aber das wäre ja einfach böse von Hypixel Wo hype man einen Boss? Nicht aber einem scheiß Zombie Goddammit, was für Rüstung muss der geben Und ich krieg es, egal was es ist Nein Lol, der hat sich gerade da runtergestürzt Irgendwie ein Suizid Ja genau, machen wir es doch so Kiten wir ihn hoch, springen runter, gucken, ob er Schaden kriegt Aha, er kommt zu dir Plug him, plug him That's what I'm doing Wir haben back Ich glaube, er backt, oder? Ja, ich hab ihn gekillt Und, und, er hat getroppt Einen Scheiß hat er getroppt Die troppen nämlich nur mit einer Chance von 35% was Nein, ich bin jetzt nie von ganz oben runtergesprungen Hab mich auf 2 HP runterfallen lassen Für nix Äh, sorry, aber doch Wiese Scheiß, ich hatte Hypixel Hier ein Bogen Aber, aber Hypixel ist doch episch Ich hab einen Bogen gefunden Aber, ich hab keinen im Inventar Lol Also ich hab schon einen im Inventar Weil halt nur meinen Ein Guardian Maybe a strange bug